Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video und heute wieder Loot Packs Leute, Loot Packs Code, dann gehen wir einmal wieder ganz normal wieder auf Code einlösen und der erste Code wäre dann heute einmal PG8 Leute, da bekommt ihr 80 Diamanten, einmal eingeben Leute, dann kriegt ihr auf jeden Fall fette Belohnung Diamanten Leute. So, ok, dann switchen wir direkt zum nächsten Code, der nächste Code wäre dann einmal J mit 2Y und einem 6 Leute, einmal dann bekommen wir ein Community Loot Pack, so einmal wieder das ganze einmal einlösen, dann gehen wir wieder erstmal hier zum Code einlösen und der Code der Woche ist einmal super, alles groß geschrieben Leute, 3 Ehren und ein, 3 Ehren? und ein, ähm, Ausrufezeichen, einfach mal einlösen, da bekommt ihr dann auch wieder 1000 Coins, dann gibt es noch einmal ein Community Loot Pack, nämlich HiJoe6, das habe ich ja da schon eingelöst, dann halt wieder die Standard Loot Packs, Community Loot Packs Leute, die ihr so einlösen könnt, ist einmal Frey, ihr wisst Leute, die Standard Loot Packs hier, und dann das zweite wäre dann noch einmal Flixi Leute, warte, ich sofort, so, dann machen wir hier noch einmal Flixi und das wäre auch alle Codes für heute, wenn ihr mich auf jeden Fall unterstützen wollt, tragt gerne den Creator Code Pyraminus JT ein in Fortnite, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video, Loot Pack oder Shorts, wo auch immer ihr seht, wenn ihr auf jeden Fall auf dem Laufenden, äh, bleiben wollt, an Loot Boy Code, dann lasst gerne ein Abo und ein Like da und aktiviert die Glocke, und dann würde ich sagen, habt noch schönen Abend oder Tag, wann ihr das Video schaut, und bis bald. Für Fortnite, für Fortnite!